Aber alle Oberhol Na, Gast! Ja, ich seh's Hallo! Ich seh's nicht, ist bei mir unsichtbar Dir, oder? Alex, was auf der Hundeslaube an? Ah, da vorne in der Lava ist es der Gast Seh ich nicht Hab ihn! Ja Hey und herzlich willkommen zur 8. Folge von Turo 3 Jo Leute, was geht ab? Und willkommen zu Turo 3 Mit den leckenden Alex Hallihallo, ihr lieber heute nicht mehr Ich hoffe nicht, dass er heute leckt Wir schreiben in die Gruppe Und joinen drauf auf den Server, go Go, go, go Jo Alter Bis jetzt ist alles flüssig Wie Buddha Da drüben bist du, du bist ja gar nicht so weit weg von mir Hallo 5 Sekunden müssten nochmal weg sein Alex Hallo Hi Komm mal mit Wir gucken mal, die haben irgendwo hier am Rand gebaut Ja Wir könnten natürlich die Kühe hier noch mit dem Bier rumhüpfen, oder? Ne, wir gucken jetzt einfach mal hier am Rand lang Weil die haben sich irgendwo hier drüben auf so einem Baum Haben die sich hoch gebaut Auf einem Baum? Okay Ja Naja, das siehst du richtig, weil die das umkreist haben Wo ihre Base ist mit Stein Jo Wir können doch einmal Braten gerne im Vertrag ein bisschen essen Wo haben die Siehst du irgendwo Stein? Ich seh keinen Stein Ich seh ja keinen Da sind Öfen Ich guck mal zu den Öfen Vielleicht kann man da noch was rauslooten, ne? Jo Am Schluss ist es eine Falle Wo bist du hin, Stevie? Das hier Matt macht fett Die ist gesaved Oh Danke Jungs Falls ihr die Folge jetzt seht Äh, bedanke ich mich für das Fleisch Boah geil Hier ist richtig schön Essen drin Respekt Jungs dafür, ne? Ey, magst du nicht ein bisschen Essen geben? Ja, guck doch mal was hier noch drin ist Hier brauchst du was zu essen? Ja, immer Ja Der ist rausgeschmissen Irgendwann war doch Da oben, guck da oben Siehst du da oben den Koppel? Ja Ja, da oben ist denen ihre Base Da ist jetzt aber kein Hülchenfleisch mehr Weil das könnte man für einen Zeitraum brauchen Da oben ist deren Base Da oben ist deren Base Ich hoffe, die hat noch niemand gelootet Das wär ja so imbar Aber das Essen verworft sich schnell Ja, das ist schon wieder geil im Lufen, ey Ich bin am Baum vorbeigehüpft Bleib für dir Und? Es ist noch alles drin, ja Nice Danke Jungs Dafür machen wir mal euer Alex, geh doch mal weg Oh lecker Steve, ich glaub ich soll Mach mal ein Schild dran und schreib Hashtag Mumu Was? Was mach ich? Wollen wir jetzt noch? Warte mal, ich schmeiß das mal am ganzen Stellst du Öfen auf? Und die hab ich im Inventar Die Öfen? Ja Ey Steve, wie machst du ein bissl Wie zieht man die Öfen nicht, gell? Sieh mal gut Steve Traum mir Ja, definitiv Das ist doch ein Buch Den sie gar nicht liegen lassen Ja, ja Ja, läuft doch bis hin Ich kaufe mir jetzt meine Dia-Schwerter Mal gucken, ob man sich draufkriegt Haltbarkeit Schärfe, jawoll einmal Krieg ich aufs Buch Prod Natürlich nicht Hau an Nein, wir brauchen Oh, ich hab hier noch ein Schärfe Buch Aber ich mach mir Scheiß auf die 4 Dia's Ich mach mir einfach noch 2 Schwerter 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 Krieg ich denn nicht mal ein Buch mit Schutz? Danke Stevie laugen mal 2 Schwerter Schwerter 1, ne cool Ja, kannst du tun Und der Schwerter 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 Ja 4 Was für ein Schwerter Schwerter 1 Schwerter Du brauchst das schon mal Hast du noch Level? Ahnst Ja, aber das brauch ich zum Warte mal Meine Dia's Schwerter Muss ich mitnehmen Das ist klar 2 Brot Bücher Nehme ich mit Kleinen Spitzhacke Braucht keiner Hier ist auch noch ein Buch Heißgröße 2 Was? Nice Dia's Schwert Essen Essen Du Alex Ich mach mal das Was wir vorhin gesagt haben Mhm Guck mal bitte woanders hin Eiwas wohin Eiwas wohin Was bist du mal Steve Du bist ja gefinklter Finkel 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 Steve Was denn? Ich geh jetzt kurz fern Geh? Jo Aber ich mach mir gerne noch ein Geld Boote Weil der Onylex ist so brutal zum Spielen Du musst zu viel machen Ja Macht richtig Spaß ne Alex Ja Du Mach wasen Hab ich alles? Warte mal ist alles voller Birken da Ja Sind cool Nicht? Ne Zehn Minuten haben wir noch Ja joa Kein Spaß Wir haben noch ne Folge Bier können brauche ich nicht abbauen Ne Doch Eigentlich schon Warum willst du die nicht abbauen? Ja Geben die viele Äpfel Mal Was ist denn bei dir viel und was ist denn bei dir nicht viel? Ja die Wahrscheinlichkeit Geht's jetzt hier mit Wahrscheinlichkeitsrechnung an oder was? Ne aber ich hab mal nachgelesen dass bei verschiedenen Bäumen und verschiedene Wahrscheinlichkeiten von Äpfel sind Und das Problem ist es bei jeder Version anders denn bei 1.8 war es jetzt nicht mehr aus Ja Ja Muss ich mal kurz überlegen Äh Ich hab's Ja Und der Steve Mann die Birken machen das ja Die musste so sein Susanne Ich hab's die die Ganz Hallo Steve Hi Was du wohl wieder gemacht hast. Fertig. 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 Mal den ganzen Crap hier reinwerfen in die Truhe. Alex, ja Deboe nehmen wir auf jeden Fall mit. Lapis nehmen wir mit. Was brauchen wir mit? Wir haben noch 2 Dias? Geht der ein glaube ich, ja. 2, 2 sind 3. 4. 4 habe ich. Ambosshammer. Haben die noch einen Amboss da drin gehabt? Ja, der steht hier draußen. Bücher nehme ich mit. Das brauche ich nicht. 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 Hm, habe ich schon aufgeregt. Hast du schon alles rausgenommen hier außen? Boah, hast du auch mal rausgenommen. Ja. Hey Steve, dropen wir wirklich Äpfel? Ja. Was möchtest du denn noch sagen? Was denn also? Ne, mach mir nochmal was zum löschen, oder? Zum löschen. Also löschen müssen wir Neta, oder? Ja. Okay, der wusste nicht. So, ich bin ready. Und du? Hm? Ich bin ready fürs Neta. Du? Mhm. Ich würde jetzt auch direkt gehen und die gar nicht mehr so viel wasten die Folge. Ja, was mit? Ich habe jetzt Holz mitgenommen, ich habe Fäden mitgenommen, ich habe meine Dia-Schwerter dabei und ich habe zwei Amborse dabei, die müssen reichen. Go. Zu der Amid kommen? Da. Ja, ich schaue noch ein wenig die Apfel. Lol. Was denn? Was denn? MLG, Wasser war unter mir, fällt ab. Ey, du hast kein einziger Apfeldropp zum ganzen Wald abgeholt. Ja, dann gucken wir nachher nochmal drüber in der nächsten Folge. Kommst du mit? Ja. Wir haben noch 6 Minuten, die 6 Minuten können wir uns im Neta eine schöne Stelle suchen, wo wir Levelfarmen können. Jo, was brauche ich denn? Normale Spielzeuge? Äh, Eisen. Hast du Eisen mit? Ich habe aber Eisen genug dabei, ja. Nice. Ich warte hier nur auf dich, ich kill gerade die Mobs. I'm coming. Warte mal, du brauchst so schnell Essen. Du hast schon wieder 4 Level. 3. Hast du Essen dabei? Nein, egal, ich habe keine Körper. Zeranigan? Ja. Ich habe nie RIP. Ja, nein. Spawned RIP. Du glaubst nicht. Wir müssen deeper gehen. Toll. Heft. Kann man ja nirgends wohin, ey. Lass mal in die andere Richtung gehen, oder? Kommt man irgendwie raus. Ganz schlecht, oder? Doch, da drinnen geht's hoch. Alex? Jo, war eine gute Idee. Hast du dich gehittet? War keine gute Idee. Ja. Bist du behindert eigentlich, oder sowas? Dann hast du alle zu. Glückwunsch. Ich helfe dir nicht. Ich habe keinen Bock. Jo. Aber nicht in Lava fallen, ne? Ne. Mein Freund. Hier oben ist noch ein bisschen was. Hast du die alle tot? Jo. Goldnuggets gekriegt, du ein bisschen, oder? Lass mal hier hoch gehen. Hier hoch. Es ist noch mehr, oder? Ja. Ja, das sind jetzt genug, die auch nicht zu gucken. Viel Spaß. Jo. Das dauert noch ein bisschen. Jo. Mach mal. Guck mal so lange hier ein bisschen rum. Hm. Ist nix mehr. Was sind das für ein Neta, ey? Das Neta ist doch nicht cool, ne? Nein, hier ist gar nichts. Wir müssen mal da lang gucken, wo schon hoch gebaut wurde, oder sowas. Alex, da ist schon wieder so ein Vieh. Echt? Ja, ganz viele. Hier drüben geht's aber weiter ein Neta. Schön, dass sie alle auf dich gehen. Ich würde wenigstens keine Gedanken machen. Okay, hier hinten geht's weiter. Lord, warte. Wie lange korte die Akku? Ich guck hier mal ein bisschen rum. Ja, das macht Schüppi einfach. Natürlich kriegst du Goldnuggets und alles, und dann haben wir schön Gold. Ich finde, ja. Ich glaub hier oben hat sich jemand ausgelockt. Die Mengen echt, oder? Hä? Die Schweinsen Mengen, oder? Was war das? Ich bin nicht so deine Freunde, oder? Nö. Sag schon. Bist du da auch, wie Steve? Äh, ich bin einfach, ja. Keine Ahnung. Ich bin einfach da weiter gelaufen. Ich bin am Neta-Portal in die andere Richtung gelaufen. Genau. Ja, ja. Bist du da auch? Bist du da auch? Ja, ja. Bist du da auch? Ja, ja. Bist du da auch? Bist du nicht aufpassen, ne? Alter, was ist denn das hier? Ist echt ein... Alex? Hier ist ein Lavasee, der nicht fließt. Also bitte aufpassen, ne? Weil wenn du einmal brennst, da kommt ein Vieh hinter dir. Vorsicht. Jo moin. Ich bin jetzt verreckst, gell? Weil du... Warum hast du die eigentlich angegriffen? Kannst du mir das mal bitte verraten? Ah, ich hab schon 1-Level durch die Vieh hier. Ja, aber warum hast du die angegriffen? Keine Ahnung. Muss ich immer nachdenken, Steve? Ja. Ich level mein ganze Level nur durch die Mops besitzt. Ja, gut. Ich glaub ich brauch 13 Level, dann hab ich Shub 4, Steve. Hast du das Schwert mit dem Shub 3? Oh, ich nehm doch nicht deine Schwert damit. Das war mal eins. Das war mal eins. Hier höre ich Lava. Hier entferne ich mich mal lieber. Aber die Schweine, da muss man aufpassen, die machen Damage ja nur. Och ne. Servo. Emi ist drauf. Toll. Weißt du, ob der in der Nether schon ist? Nein. Hm? Wollten ja nicht fighten. Fight. Ja, die eiern irgendwo am Arsch der Welt rum. Ich bin auch an der Oberwelt und suchen irgendwo Dias. Okay. Alter, bei mir sind viele Spots. Spots. Aber alle oberhalb. Na, Gast. Ja, dann verpick ich ja, ich seh's. Wo ist es? Ich seh's nicht. Ist bei mir unsichtbar. Hier, Alter. Alex, pass auf. Da vorne ist Lava, ne? Also vorne in der Lava ist der Gast. Seh ich nicht. Haben. Down? Ja. Okay. So, dann lass mal hier rumgucken. Weil irgendwo hier muss... Lass mal hier hochgehen, genau. Irgendwo hier muss doch die Festung sein. Vorsicht, Alex. Ja, okay. Mach's so. Da hab ich keinen Bock mich da rüber zu bauen. Hi. Ups. Schweinchen, ich bin friedlich. Tötet Alex. Was soll das? Hm? Was denn? Eine Minute vorbei. Pass auf, dass du nicht gekickt wirst, wenn du neben so'n Vieh bist, ne? Sonst könnte tödlich enden. Könnte, ja. Ja. Ja, aber weit und weit keine Festung, oder? Noch ein Gas. Ja, schon wieder ein Gas. Ja, Gas hör ich auch. Glückwunsch. Siehst du's? Ne. Ich hab einen Screenshot gemacht, mein. Ich hab die Festung. Echt? Ja. Woah. Ich hab die Festung. Hier ist er irgendwo gestorben. Doch, die ist noch nicht gebootet weiter. Nice try, Alter. 20 Sekunden, Steve. Hä? Haben wir noch. 30 Sekunden? Alles okay. Wir haben die Festung gefunden, alles gut. Hey, der Gast geht in. Steve, du musst da großartig weiterhupfen. Weiß ich doch nicht, wo du bist. Ja, bei dem, wo ich mich bergabfahrt hab. So, ich weiß nicht, wo du dich hochgebaut hast, aber hier hat sich jemand hochgebaut. Boah, ich hoffe, die Festung ist noch nicht so groß gedootet, dass wir jetzt wirklich da noch ein paar... Was finden? Gut, Leute, das war's mit der achten Folge. Wir sehen uns in der neunten Video. Haut rein. Und Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefahren hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.